Der 6. Lackt Sillies, ein neues FNAF-ähniges Game. Okay, wir kommen schon nicht weiter. Ah, left click to go forward. Ach, das ist so eine Art von Game. Okay. So muss ich im Prinzip gerade... Achso. Also wir marschieren erstmal ein bisschen durch den Gegenball. Ah ja, hold on. Achso, und da geht's zu einem... Das sendet uns zu einem Level. Och, okay. Ja. Lever. Achso. Da stand doch press enter. Okay. Ja, wer sollte vielleicht ein bisschen lesen? Dann würde man es verstehen. The Beginner's Room. Blablabla. Okay. Danger. Keep out. Da sind Augen. Morgi nicht. Morgi gar nicht. Nee. Ah, geht auch okay. Was haben wir denn hier? Schönes. Wir werden es rausfinden. Uiih! Was bist denn du für einer? Left click. Ah! Oh, hi. Äh, hi. 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 Kann es sein, dass der... Ah, ich glaube... LOL! Stimmt, du musst... Das habe ich kurz im... Gelesen... Äh... Habe ich kurz gelesen. Der mag keine Geräusche und du musst dann auf seine Nase drücken. My Dude! Du bist ein bisschen... Äh... Nase? Nase drücken? Ja! Ich drück dir auf deinen Zinken. Ich sag's ja. Das war ab Haus. Ich drück dir auf deinen Zinken. Side day. Haus ab. So. Wow. Lustig. Drück auf sein... Powerfelle. Du bist ein bisschen nahe. Nein. Du bist ein bisschen nahe. Wow. Alles Fragen des. Ich habe das jetzt nochmal anders starten müssen, weil irgendwie der ist vom Vollbild auf Fenstermodus auf Vollbild auf Fenstermodus und kein Ton gewesen. Also. Rabbity, click on itsy bitsy spider nose. Then his eyes when he appears. Listen for his screaming. Naja, aber da kommt er immer näher, immer näher und ich habe vier Minuten Zeit. Für das Ganze. Find batteries. Schön für die batteries. Und wenn euch das Video gefallen, gerne meinen Kanal überleeren. Während wir irgendwie diesen Beginners Room versuchen zu mastern. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ja. That eyes. Those eyes. Okay. Itzy bitsy. Ist rechts dann. Da ist itzy bitsy. Okay. Ja, itzy bitsy. Das mag er nämlich nicht, das Geräusch. Und du musst dann auf die Nase klicken. Genau, auf die Nase klicken. Dann passt es. Und wenn es blau wird, der Bildschirm. Ne, äh, ne, Dingerich. Finden. Batterie, 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 Batterie. Hauen sie ab. Itzy bitsy. Kommt ihr schon wieder näher? Hallo? Nein. Nein, 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 ma dude. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Schau weg. Ich will auf zumindest nur eine Reihe schaffen. Ja, also. Hauen sie ab. Hauen sie ab. Keiner braucht sie, keiner will sie. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Au. Ja, you did not survive. Ja, das ist mir klar. Wie zum Geier musst du das schaffen? Weil sobald er schreit, habe ich irgendwie keine Möglichkeit mehr, den wegzukriegen. Diesen Itzy bitsy da. Ja. Six lag sillies. Das ist schön. Das ist ein geiles Game bisher. Also von der Mechanik und vom Design finde ich es recht geil. Auch das ist WTF. Ganz ehrlich. Zack. Auf. Auf. In diesen Biggest Room. Ruhm, Ruhm, Ruhm. Mal schauen, ob er das Ruhmreich schaffen. Also ich habe es mir nochmal durchgelesen. Mal so auf seine Nase klicken. Und dann auf seine Augen, wenn er auftaucht. Also wie meinst du es mit auftauchen? Wenn er näher kommt dann? Oder ist er dann hier irgendwo im Raum? Woanders. Wo ich nicht weiß, wo. Oh. Mal dort. Klick, 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 klick. So. Hauen sie einfach ab. Hauen sie einfach ab. Ja, süß. Das geht doch gut. Das geht doch gut. Was habt ihr denn alle? Das geht doch gut. Siehst. Ah. Das ist... Das ist ein bisschen arg, na. Kollege, Kollege. Leute, jetzt habe ich eigentlich auf seine Augen geklickt. Ah, okay. Das hat funktioniert. Erzähl schon wieder das. Muss ich da irgendwie klicken? Ich weiß nicht, wo. Ich weiß einfach nicht, wo ich klicken muss. Ja, jetzt klatscht mir wieder eine. Ich kapier's nicht. Sobald er mit einem Schreiner fängt, ist eigentlich für mich Game Over. Und ich versteh's einfach nicht. Nee. Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Äh, I don't get it. I don't get it. Hm. Einfach so meine. Das Einzige, was ich geschrieben habe, listen for his screaming. Naja, wenn er schreit, muss ich dann einfach gar nichts machen. Einfach dann nicht bewegen. Kann das auch sein? Ich weiß es nicht. Weißt? I was is doch net. Lass mich doch alle in Ruhe. So. So. Weißt du, das krieg ich hin. Und das sollte man halt nicht permanent verwenden, weil... Siehst du. Kann ich das von hier aus machen? Nee. Nein. Nein. Der kommt zu nah. Der kommt zu nah. Der kommt zu nah. Der Kollege. Weißt du, weil er schreit, hab ich eigentlich keine Ahnung mehr. Hä? Ach, lol. Nein, das ist nicht lol. Das ist... Batterie. Siehst du, wenn ich nichts mache, dann hau... Ach, lol. Du wirst nicht sagen... Ach komm, das geht jetzt gerade ein bisschen auf die Nerven. Siehst du, wenn ich nichts mache? Ach, ich hätte einfach nichts machen müssen. Jaja, siehst du, wenn ich nichts... Ach, das war's... Derjenige. Das muss man mir doch sagen. Ich hab die ganze... Den falschen Animatronic anklickt. My dude. Jaja, das ist der ganz... Ich hab den ganz falschen Animatronic anklickt. Deshalb hat das nie geklappt. Geh mal auf die Nerven. Jaja, der mag nur... Das ist so... Mechanik wie Music Man. Je lauter du bist, desto eher triggerst du ihn dann. Ja, Critical Error. Wo ist denn? Wo ist denn? Da ist doch irgendwo da eine Batterie. Die ich gerade nicht sehe. Es ist und das aktiviert halt ihn. Push through a wall oder irgendwas. Und ich fände es nicht. Ach. Ja. Jetzt hab ich's verstanden. Jetzt. Nur. Oh. Hi. My dude. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Es hat auch eine Weile dauert, bis ich die Mechanik verstanden hab. Aber okay. Jetzt hab ich's verstanden. Mit dem Critical Error, hey. Ah, ha, 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 hi. Büch da bissl nah. Ist irgendwas zum Aufheben? Dacht er. Das schaff ich ja niemals. Hallo? Hallo? Hau ab! Aber schnell! Oh, das wird dann schwierig, wenn der andere auftaucht. Das wird ganz schwierig. Tell you. Hm, da ist noch meine Batterie. Gut zu wissen. Nein. Nein. Nein, please. Please, please not. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Der SBW ist zu nah, der Kollege. So, wo ist jetzt die blöde... Bleh. Batterie. 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 Ich hab eh nur noch wahrscheinlich eine halbe Minute gefühlt. Ah, hab ich sie aufgesammelt. Lass mich wenigstens die erste Reihe schaffen. Ja. Ta! Die erste Reihe haben wir geschafft. Ja, aber jetzt verstehst du, wenn es ja, ja, da taucht ein von den Ecken... Okay. Und wenn die vier Minuten vorbei sind, dann gibt es automatisch einen Jumpscare. Okay. Dann lass ich mir 6 Likes so ließ mal gut sein. Jetzt verstehe ich zumindest, was ich machen muss. Es macht auf jeden Fall einen ziemlich interessanten Eindruck. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Macht's gut.